Bevor am Donnerstag der komplette Kader für die Nationalmannschaft für die Heim-EM 2024 bekannt gegeben wird, der ja jetzt ohnehin schon zerstückelt bekannt gegeben wurde, manche Spieler wurden schon bestätigt, manche nicht, bei manchen heißt es, sie werden nicht dabei sein, aber unabhängig davon, was schon bekannt ist, möchte ich euch jetzt einfach mal meinen Kader präsentieren, wie ich nominieren würde, wenn ich Bundestrainer wäre, auch wenn das natürlich sehr subjektiv ist und ich da Nagelsmann deutlich mehr vertraue, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, möchte ich euch einfach mal selbst präsentieren, wie ich nominieren würde, die 26 Spieler, die man ja mittlerweile mitnehmen darf und wir starten hier auf Transfermarkt im Tor, haben da 3 Spieler zur Auswahl, Nagelsmann wird auch 3 Spieler nehmen, daher passt das und als Nummer 1 ist ja Manuel Neuer ohnehin gesetzt, klar kann man jetzt darüber diskutieren, wer die Nummer 1 sein sollte, er oder Ter Stegen, ich bin die Diskussion aber einfach leid, wähle jetzt einfach Neuer und Ter Stegen aus, die natürlich die ersten 2 Torhüter sind, danach wird es dann ein bisschen schwierig, Trapp kommt für mich überhaupt nicht in Frage, entscheiden wird es sich in Realität wahrscheinlich zwischen Leno und Baumann, die es auch beide verdient hätten, wahrscheinlich Baumann sogar noch eher, auch Nübel könnte man drüber diskutieren, ansonsten wäre meine Wahl aber tatsächlich Stefan Ortega, klar der ist kein Stammtorhüter, aber ich glaube sowohl von der Qualität ist er der drittbeste deutsche Keeper, als auch hat er die Fähigkeit einfach ins Spiel reingeworfen zu werden, als Einwechselspieler und direkt zu performen, klar als dritter Keeper wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ich würde mich tatsächlich für Ortega entscheiden, auch wenn es am Ende ziemlich egal ist, weil der dritte Keeper ohnehin nicht zum Einsatz kommen wird. So wählen wir ihn aus und dann geht es weiter zur Verteidigung, da würde ich sagen, Position für Position durchgehen, also erst die Rechtsverteidiger und da ist natürlich Joshua Kimmich gesetzt, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob er Rechtsverteidiger ist oder nicht, aber auf jeden Fall ist klar, dass er in diesem Turnier dort spielen wird, deshalb wähle ich ihn da auch definitiv aus und als Backup für ihn ist auch für mich Benjamin Henrichs ziemlich klar, kann aber auch links spielen, ist daher relativ flexibel, im Notfall könnte er auch im Zentrum spielen, aber das wird denke ich nicht gefragt sein mit den Alternativen, die man da auch noch zur Verfügung hat, aber dazu kommen wir natürlich erst nach den Abwehrspielern, bei denen ich jetzt links hinten weitermache, Linksverteidiger wird wahrscheinlich Maximilian Mittelstädt gesetzt sein, passt auch ganz gut rein, hat gut funktioniert in den letzten Länderspielen, ist für mich daher auch Linksverteidiger Nummer 1 und als Backup ist denke ich auch relativ klar, dass es David Raum wird, die Konkurrenz hat er halt natürlich ein bisschen geschwächelt, Christian Günther war ewig verletzt, Gosens spielt bei Union jetzt auch keine überragende Saison, daher ist auch hier die Situation relativ klar, somit hätte man die Außenverteidigerpositionen jeweils doppelt besetzt, in der Innenverteidigung würde ich 5 Spieler nominieren, angesichts dessen, dass man 26 Kaderplätze zur Verfügung hat und als Stamm-Innenverteidigung ist wahrscheinlich wie in den letzten Länderspielen Jonathan Tarr und Antonio Rüdiger gesetzt, die wähle ich hier direkt mal aus, Niklas Süle spielt natürlich keine Rolle, Nico Schlotterbeck würde ich auf jeden Fall mitnehmen, angesichts seiner Leistungen zuletzt, aber auch ohnehin finde ich hat er ein Profil, das mit muss, er ist der einzige Linkshus und ist mit der progressivste Innenverteidiger, den Deutschland hat, sowohl mit Pässen als auch mit Läufen, deshalb muss er für mich dabei sein, klar er wird wahrscheinlich aufgrund seiner Vorgeschichte und seinem Ansehen eher nicht zum Einsatz kommen, aber für mich muss er auf jeden Fall mit und wird auch nach dem Turnier definitiv ein Gesicht der Nationalmannschaft sein müssen. Also Schlotterbeck wählen wir aus, ansonsten würde ich noch 2 weitere mitnehmen und Waldemar Anton muss eigentlich mit, der war sehr konstant als Kapitän für den VfB und allein aufgrund der Leistungen muss er mit, stellt auch keine Ansprüche spielen zu müssen und dann bleibt noch ein Innenverteidiger übrig, den ich gerne mitnehmen würde und da führt halt ehrlich gesagt kein Weg an einem Mats Hummels vorbei, aufgrund der Leistungen, die er in der Champions League auf höchstem Niveau gezeigt hat, da wäre es allein vom Leistungsniveau halt nicht wirklich optimal, ihn nicht mitzunehmen, wie es ja wahrscheinlich auch der Fall sein wird, aber für mich wäre er dabei, auch weil die Alternativen hier nicht mehr allzu krass sind, klar noch Robin Koch, Ginter ist verletzt, Malik Chao war auch lange raus, ist jetzt wieder recht stabil, aber für mich müsste es Hummels sein und den wähle ich hier jetzt auch aus und dann gehen wir weiter ins Mittelfeld und den Sturm, die hier zusammengefügt sind, aber wir machen das natürlich weiterhin positionsgetreu und fangen an mit den Sechsern, da ist natürlich Toni Kroos gesetzt, sein Partner in der Startelf wird höchstwahrscheinlich Andrich sein, den ich hier auch auf jeden Fall mitnehme und ansonsten würde ich die Position auch hier doppelt besetzen, einmal mit Pavlovic, der Kroos ersetzen könnte, falls der mal nicht spielen kann und auch Pascal Kroos muss für mich auf jeden Fall mit, ist bei Brighton konstant, auch wenn die als Team nicht mehr so stark performen und auch in der Nationalmannschaft hat er mir immer gefallen, deshalb nehme ich ihn auch auf jeden Fall mit, für Goretzka reicht es mir ehrlich gesagt nicht, man hat natürlich noch Stiller, lasse ich mir jetzt vorerst nochmal offen, je nachdem wie es mit den Offensiven aufgeht. Dann gehen wir langsam über zu den Zehner bzw. Flügelpositionen, die man natürlich auch mehr oder weniger zusammenführen kann, wir haben noch 10 Spieler zur Verfügung, natürlich muss Musiala mit, natürlich muss Gündogan als Kapitän mit, der bei mir auch in der Startelf gesetzt wäre, anders wie bei vielen anderen, Florian Wirz ist natürlich auch gesetzt, Leroy Sané muss als reiner Flügelspieler mit seinen Fähigkeiten natürlich auch mit, Kai Havert sehe ich jetzt erstmal als Stürmer an, Thomas Müller muss auf jeden Fall mit, allein aufgrund seiner Persönlichkeit für das Klima in der Mannschaft, auch wenn er wahrscheinlich eher weniger zum Einsatz kommen wird, aber einen Müller, der definitiv auch sportlich noch helfen könnte, auch wenn die Alternativen mittlerweile besser sind wie er, muss für mich auf jeden Fall mit. Gut, Serge Gnabry ist jetzt ohnehin verletzt, hätte bei mir aber so oder so keine Rolle gespielt, dann würde ich als weiteren reinen Flügelspieler auch auf jeden Fall noch Chris Hürig mitnehmen, der dann einfach die 1 gegen 1 Qualitäten auf außen hat, auch falls er zum Einsatz kommt mit einem Mittelstädt, definitiv gut harmonieren kann auf der linken Seite, dem würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen, dementsprechend habe ich jetzt noch vier Plätze, ich würde diese offensive Dreierreihe hinter dem Stürmer tatsächlich auch mit noch einem Spieler auffüllen, und zwar ist die Wahl für mich da relativ schwer zwischen Julian Brandt und Jonas Hofmann, ich persönlich tendiere jetzt dazu, Hofmann zu nehmen, auch wenn ich glaube, dass Brandt qualitativ der bessere Spieler ist, passt für mich Hofmann vom Profil her einfach besser rein, Brandt ist natürlich schon eher zentrumslastig, da hast du schon viele Spieler mit Wirts, Musiala, Hofmann kann eher über den Flügel kommen, ist auch nochmal deutlich flexibler, letztendlich fällt mir die Wahl relativ schwer, ich hätte auch gerne Brandt mitgenommen, und es tut mir auch auf jeden Fall leid, den hier nicht dabei zu haben, aber irgendwie muss ich mich ja entscheiden, auf 26 Spieler festlegen, ich würde es jetzt einfach so machen, dann gehen wir über zu den drei verbleibenden Plätzen, und die sind bei der Stürmerposition eigentlich relativ offensichtlich, mit Kai Harvats als relativ mobilen Stürmer, der auch mal als Zehner spielen kann, etwas tiefer, dann mit Füllkrug als klassischem Zielspieler, und einem Dennis Undaf, der es auch auf jeden Fall verdient hat, immer reingeworfen werden kann, aber auch keine Ansprüche stellt, unbedingt spielen zu müssen, ich überlege gerade noch, Undaf wäre dann mein letzter Spieler, ich hätte schon noch gerne irgendwie stiller untergebracht, auf der 6 als weitere Option, da habe ich jetzt aber vier Spieler für zwei Positionen, unter anderem könnte da auch Gündogan spielen, falls man da akute Probleme hätte, deshalb geht das, denke ich, klar, und ich wähle Undaf als meinen letzten Spieler, und dann schauen wir uns hier mal den letztendlichen Kader an, am schwersten ist es mir, wie gesagt, bei Brandt und bei Stiller gefallen, die ich schon noch gerne dabei gehabt hätte, man kann natürlich auch über Goretzka diskutieren, aber da ist einfach extrem starke Konkurrenz, seine Leistungen waren nicht dementsprechend, auch wenn sie jetzt zuletzt verbessert waren, aber ich würde ihn tatsächlich nicht mitnehmen, und dann würde mein finaler Kader eben folgendermaßen aussehen, Gesamtmarktwert 771 Millionen, ist glaube gar nicht mal so viel im Vergleich zu anderen Teams, aber es kommt ja auch nicht auf den Wert an, sondern wie die Mannschaft funktioniert von den Profilen, dass es auf jeden Fall passt für ein Turnier, und ich glaube, ich hätte hiermit eine ganz gute Wahl getroffen, zumindest meiner Ansicht nach, macht natürlich auch Sinn, aber was sagt ihr, seht ihr irgendwas komplett anders, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, gerne auch euren Kader, wie ihr nominieren würdet, am Donnerstag werde ich natürlich auch auf den finalen Kader reagieren, da meine Meinung dazu abgeben, also lasst auf jeden Fall auch gerne ein Like oder Abo da, um nichts mehr zu verpassen, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!